Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Einstellung und Integrität. Ein Satz, den viele nicht mehr hören können und sich sogar davon genervt fühlen, wenn er gesagt wird, ist, früher war alles besser, oder der Hinweis auf die alte gute Zeit. Es muss aber einen Grund haben, dass dieser Satz und der Hinweis immer und immer wieder fällt. War früher wirklich alles besser als heute? In jeder Hinsicht bezieht sich jeder auf die Zeit seines Lebens, die einen am meisten erfüllt hat, und vergleicht diese Zeit mit Dingen, die ihm heute fehlen. Daher auch der persönliche und subjektive Eindruck, zumeist älterer Generationen, dass früher alles besser gewesen sei. Nimmt man dieses jedoch objektiv unter die Lupe, geht es ganz schnell in den Bereich der Einstellung und Integrität von Personen älterer Generationen und der heutigen. Es hat sich leider entwickelt, dass das Vertrauen der Menschen untereinander stark gesunken ist. Kaufleute legen ob dieses Misstrauens gegenüber ihrer Kunden mehr Wert auf eine Unterschrift als auf das gegebene Wort. Dieses Misstrauen bringt auch Behörden den Bürgern entgegen. Folge ist eine ausufernde Bürokratie und Kontrollmechanismen. Objektiv betrachtet ist das eine Verschlechterung von früher bis heute. Wenn das Wort nichts mehr zählt, ist der Mensch in seiner Würde nichts mehr wert. Eine Unterschrift auf einem Blatt Papier, selbst auf einer Kopie, wird leider höher bewertet. Papier ist geduldig. Für mich ist eine Unterschrift nichts wert, weil das Papier, auf dem die Unterschrift steht, weggeworfen werden kann. Ein ausgesprochenes Wort, eine Absprache und ein Versprechen hingegen geht auf die Würde desjenigen, der sein Wort gibt. Wer sein Wort bricht, verliert seine Menschlichkeit und seine Würde und ist nicht mehr wert als ein primitives Tier. Es ist aber schon die Einstellung von vielen in der heutigen Zeit, die dieses Misstrauen begünstigt. Deutsche Tugenden sind unter anderem die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit. Jemanden warten zu lassen, auf wen oder was auch immer, zeigt eine Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber dem Wartenden. Ein Sprichwort sagt, eine halbe Stunde vor der Zeit ist des Menschen Pünktlichkeit. Diese simple Einstellung wird so wenig beachtet, dass sich das sogenannte akademische Viertel entwickelt hat. Es wird immer davon ausgegangen, dass sich jemand 15 Minuten verspäten könnte. Klar kann das im Einzelfall passieren, aber als Normalfall sollte die halbe Stunde früher sein. Diese, ich nenne es auf den letzten Drücker-Mentalität, zeigt keinen Respekt und keine Wertschätzung untereinander. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Das akademische Viertel ist eine Bankrotterklärung für die Gesellschaft. Aber woran liegt das? Auch hier ist die Antwort, in der Fehlentwicklung von Einstellungen zu finden. Jemand bekommt eine Aufgabe zugeteilt oder ist bereit, eine auszuführen. Mit einem Datum, wann die Aufgabe erfüllt sein muss. Diese Aufgabe wird aber nicht sofort begonnen, sondern bis auf den letzten Drücker vor sich hergeschoben. Bis zum Fertigstellungsdatum kommen jedoch weitere Aufgaben, gegebenenfalls mit selbem Zieldatum, hinzu, welche ebenfalls vor sich hergeschoben werden. Bis es soweit ist, dass die Aufgaben angepackt werden, hat sich so viel angesammelt, dass die Zeit für eine ordnungsgemäße Erledigung nicht mehr gegeben ist. Die Folge ist ein schlechtes Arbeitsergebnis und teilweise nicht erledigte Aufgaben. Wenn jedoch Aufgaben dann erledigt werden, wenn sie anfallen, erwart man sich Stress und macht gute Arbeit. Was erledigt ist, ist fertig und verursacht Zeit für andere Aufgaben. Dafür müsste erstmal der innere Schweinehund der Bequemlichkeit besiegt werden. Jede Organisation, welche nach diesen simplen Grundsätzen aufgebaut ist, ist erheblich produktiver als das, was momentan üblich geworden ist. Für Personen mit Verantwortung in Führungspositionen ein absolutes Muss, dennoch viel zu selten noch anzutreffen. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, wie bisher beschrieben, erleichtert enorm das Leben und würde auch wieder zu den deutschen Tugenden zurückfinden. Auch die Arbeit eines jeden wird produktiver und es wird sich nicht gegenseitig behindert. Die sich entwickelnde Gleichgültigkeit, das Misstrauen und die Unpünktlichkeit treten Jahrhunderte Gewachsene Werte mit Füßen. Zum Thema Organisation und Management wird es noch ein gesondertes Video geben. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.